Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Ra. Warum ist die Maussteuerung gerade so komisch? Mausempfindlichkeit hatten wir ja mal höher gestellt gehabt, auf 3,5. Und jetzt kommt es zum spiel, na so ist es besser. Ja, und wir sind hier immer noch auf der agonischen Maid, den brauchen wir, hallo, hier geblieben. Ja, haben wir geschafft, oh, wir haben wieder ein Paket, den müssen wir eben, hier, und, ich habe einen Stuhl gelernt, jo, ich habe einen Stuhl gelernt, nice, hallo, ich will den haben. Ah, da war wieder ein Fass. Ja, es ist jetzt tatsächlich ein Monat her schon wieder, ein Monat her, wo ich das letzte Mal Raft gespielt habe, und geht das jetzt mal, so, wir müssen in die Richtung, okay, dann drehen wir das mal ein bisschen, wir wollen ja hier ein bisschen weiter ausbauen, und ich habe ein bisschen vergessen, wie das, ah, so ging das. Da haben wir zu wenig, okay, wie viel haben wir überhaupt, aber wir haben noch was zu essen. Wir müssen auch mal was essen. so, und was trinken müssen wir auch, noch haben wir was zu trinken hier, habe ich jetzt beide gegessen, ach, nö, aber wir haben hier zumindest noch ein bisschen was, so, da, ne, habe ich nicht erwischt, ja, aber wir sind zumindest wieder auf Argonischen Maid, die beiden kriege ich jetzt nicht mehr, weil ich jetzt gerade voll verpeilt bin, da ist Boris wieder, da habe ich ihn ein bisschen vermisst, den guten, lieben, alten Boris. Warte mal, wir wollten auf, hier, äh, die Dinger hier machen, haben wir aber zu wenig Nägel, ähm, wo waren der Fass jetzt, da ist er, ja, den haben wir noch geknickt, nice, immerhin. Wie bauen wir nochmal Nägel, da, Werkzeuge, wo sind hier Nägel, hier nicht. Ich muss mich hier wieder ein bisschen zurechtfinden, hier müssen Nägel sein, da. Ich wollte schon sagen, ist Boris hier jetzt mitten durchgeschwommen, oder? Komm schon. Ja, den haben wir erwischt. Können aber auch das Werkzeug hier wieder mal einpacken, den hier brauchen wir jetzt nicht. Ah, hier haben wir aber auch noch ein bisschen Schrott, was auch ganz komisch sortiert wurde. Packen wir mal so zusammen. Kleine können wir hier mal mit reinpacken. Ähm. Plastik. Entschuldigung. Entschuldigung. Wie geht's momentan auch immer noch nicht so richtig gut? Weil, ich hatte kürzlich tatsächlich einen Unfall gehabt mit dem Rücken. Was genau passiert ist, werde ich vielleicht ein andermal sagen. Aber, ja, das ist jetzt auch die erste Aufnahme, die ich jetzt mache nach diesem Unfall. Aber, ich versuche zumindest immer noch Content für euch zu liefern. Ah, hier können... Nein, komm. Gleich zwei Stück. Es sind gleich zwei. Ja, wir haben beide erwischt. Ah, nice. Aber immerhin, Boris greift uns nicht mehr an. Oh, zwei Pakete sogar hier, unten. Ich habe einen Tisch gelernt. Und... Vorhang. Nice. Ich glaube, Plastik brauchen wir auch momentan nicht wirklich. Ah, warte, warte. Ne, doch nicht. Ich dachte, da wäre wieder ein Fass. So. Ein bisschen was lernen müssen wir auch noch. Wir brauchen Wolle, Federn, Eier. Was ist denn das? Titanbaden. Explosives Pulver. Bienenglas. Kriegen wir ein Bienenglas? Die Dinger brauchen wir nicht. Aber wir können mal das Zeug wegschmeißen. Das Zeug wegschmeißen. Ah, da hinten kommt wieder eine Insel. Nice. Vielleicht können wir wieder looten. Wir brauchen Holz. Haben wir jetzt genug Holz? Wir haben acht Bretter. Ja, wir sind hier. Wie machen wir das nochmal mitten? Nee, ich wollte... Genau, ich wollte sowas haben. Ja, hier können wir auch. Dann machen wir von hier nach da hin. Und nach da hin. Da müssten wir eigentlich auch einen Gläub machen, oder? Hier haben wir auch nicht. Langen wir auf der Insel? Ja, wir schippern da hin. Auf jeden Fall. Das fast kriegen wir. Ja, wir haben das fast. Und wir haben wieder Schrott. Elf Schrott. Dann können wir noch mal ein paar Nägel machen. Nee, wir wollen... So. Wie habe ich das denn hier gemacht? Hier war das so. Okay, dann müssten wir... Hallo. Genau. So. Und... Jetzt hänge ich hier fest. Und... Nein, 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 nein. Boah, das war jetzt knapp. Fast wären wir Boris und Fras vorgeworfen worden. Jetzt brauchen wir wieder Holz. Ah, und da haben wir endlich mal wieder eine große Insel. Da können wir wieder ein bisschen Bäume hacken gehen. Da hinten ist wieder ein Fass. Ich hoffe, den kriegen wir. Kriegen wir den? Ja. Den haben wir erwischt. Okay. Das ist eine neue Insel. Da bin ich jetzt gespannt. Da bin ich jetzt gespannt. Da bin ich jetzt gespannt. Was hier gibt's. Vielleicht mal lieber meine Ressourcen einlagern. Das wäre vielleicht eine Idee. Warum habe ich so viele Palmenwedel hier? Brauch den Scheiß nicht. Ja, Seile können wir aber auch hier mal reinpacken. Erstmal. Holz ist wichtig. Schrott packen wir hier wieder rein. Hier den einen Stein können wir auch noch mit reinpacken. Schrott wollte ich da haben. Nägel packen wir auch erstmal hier rein. Den könnten wir vielleicht noch gebrauchen. Weil wir könnten eventuell noch ein bisschen Dreck gebrauchen. Aber hier die Blätter erstmal weg. aktuell brauchen wir die nicht. Aber auch momentan kein Plan wofür. Aber ey, wir haben eine neue Insel. Jetzt bin ich gespannt, was es hier gibt's. Ja, mir gefällt hier irgendwas immer noch nicht mit den... Den... Äh, nee. Gleich hier war das. So, nee. Hier haben wir das. Audio brauchen wir nicht. Aber das, was ich eigentlich haben will, so vom Bild her, irgendwie... ist nicht wirklich so, wie ich das haben möchte. Auf jeden Fall. Ähm... Weil ja, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich hier auch mittlerweile auf einem neuen Monitor spiele. Schwarzfarbe brauchen wir auch noch nicht. Was haben wir hier? Ah, wieder ein Laden. Wir klauen seine Ananas und seine Melonen. Ach so. Was kann ich hier verkaufen? Ah ja, nur Fisch. Ein Haifresser. Regenbogenhummer. Ich frag mich, wie kriegt man die Dinger hier? Garderobe kriegen wir. Ein Kompass. Ein Lufthorn. Kurkuma. Planke zehn Stück. Okay. Ja, Planken kriegen wir noch jede Menge. Den brauchen wir auch noch nicht. Aber ich habe so ein Gefühl, hier ist wieder der große böse Vogel da. Und wir haben nur die Ebermütze auf. Ja, da ist er schon. Den können wir nicht fällen. Und wir haben wieder Durst. Natürlich. Komm. Rex Vogel. Wie hatten wir den Vogel nochmal genannt? Das weiß ich nicht mehr. Da unten haben wir den Eber. Den Beber. Und wieder ein Lama, dass wir schnippeln könnten. Weil hier sind wir erstmal sicher. Hier können wir nochmal Dreck schaufeln. Und nochmal Schrott bekommen. Nice. Ah, und Pilze. Hier gibt es wieder Pilze. Nice. Okay, wie kommen wir jetzt da hoch? Ja, wir haben ihn erwischt. Einen Schatz haben wir. Wo geht es hier raus? Hier haben wir noch Dreck. Ach, hier ist der Ausgang. Wechseln wir wieder auf den Bogen und dann schauen wir mal, dass wir nicht von dem Vogel da erwischt werden. Aber welchen Namen hatten wir jetzt nochmal für den Vogel? Den Haar hatten wir ja Boris genannt, das weiß ich. Den machen wir fertig. Aua! Wo ist der? Wo ist denn? Da. Aua! Wie mich die Natur hier einfach hasst. Wirklich. Kann der auch mal drauf gehen? Okay, den haben wir erwischt. Warte. Ja. Hä? Kann ich nicht alles aufnehmen? Was habe ich denn hier? Weg damit. Weg damit. Nein. Oh, schnell wieder. Zurück zum Schiff. Kann es sein, dass wir einen weiblichen Charakter haben? Ich hatte doch einen männlichen. Warum haben wir einen weiblichen Charakter? Das hört sich an als... Hä? Was ist denn hier passiert? Vielleicht. Dass ich auf einmal einen weiblichen... Hallo, ich stecke hier fest. Ach nö. Stecke ich hier... Also. Ich drücke E und nicht der F... Äh, weh. Toll. Warum haben wir jetzt einen weiblichen Charakter? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich kann aber auch die Ananas eben essen. So, die Samen brauchen wir nicht. Weg mit den Samen. Mal die Melonen erstmal hier hin. Den können wir auch wegschmeißen. Einer reicht. Er hat mal vier ganze Wassermelonen gefressen. Aber immerhin Durstanzeige ist wieder voll. Ja. Aber echt? Warum sind wir auf einmal ein weiblicher Charakter? Ich habe nur einen Monat nicht gespielt und auch zweimal sind wir weiblich? Sind wir hier erstmal sicher vor dem Vogel? I don't know. Was haben wir jetzt? Wir haben drei Bretter. Packen wir erstmal hier auch rein. Hier. Da packen wir da rein. Bis hier hin. Steine haben wir wieder viele. Die packen wir auch mal hier rein. 19 Steinpfeile. Essen können wir auch erstmal hier reinpacken. Apropos Essen. Wir müssten auch mal wieder... So. Und... Dann tauschen wir die hier mal aus. Dann können die auch mal wieder gekocht werden. Aber wir brauchen Holz. Gehen wir mal hier rum. Metall brauchen wir erstmal noch nicht. Wir haben erstmal genug. Hier hoch. Ein bisschen Anstrengung kriegen wir das hin. Und... Ja. Äh... Der Vogel wieder. Rote Beeren. Der Vogel brauchen wir nicht. Da scheint es keine Bäume zu geben, die wir abholzen können. Oh. Ananas. So. Weg mit dem Samen. Weg mit den Dingern. Steine haben wir auch erstmal genug. Und weg mit den Dingern. Weg mit den Dingern. Oh. Wie dunkel es auch mal wurde. Hier nicht runter springen. Ich glaube zur nächsten Folge ändere ich nochmal den Charakter. Weil ich jetzt wirklich nicht verstehe, warum ich nach dieser Einwanderung bin. zehnmonatigen Aufnahmepause auf einmal weiblicher bin. Also weiblicher Charakter bin. Ja. Toll. Super. Nur weil ich hier festgesteckt bin. Wassermelonen. Ich sehe jetzt aber keine Bäume, die wir jetzt mitnehmen können. Die abholzen können. Keine mehr. Ah. Doch. Da hinten. Nein, 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 nein. Jetzt rutsche ich hier runter. Soll ich mich hier hoch? Okay, das ist enttäuschend, dass hier oben nichts gibt's. Ja, dann gehen wir da rüber und schnappen uns die Bäume da. Ja, der Vogel, der kann mich malen. Was hat der so gegen mich? Wirklich? Ich komme hier nicht hoch. Aua. Hat wehgetan. Ah, da haben wir auch noch Bäume. Nein. Ah, ich dachte schon. Ich dachte schon, ich fall dir so einen Tod. Da haben wir auch noch einen. Oh, aber die Axt macht's nicht mehr lange mit. Das heißt dann, wenn die Axt gleich den Geist aufgibt, noch einmal schnell rüber zum Schiff, zum Boot. Da haben wir noch mal einen. Zwei sogar. Ja, das war's. Ab zum Boot. Neue Axt bauen. Beziehungsweise können wir das auch hier machen eben. Äh, Werkzeuge, Äxte, Seil, Schrott und Bolzen. Also, auf zum Boot. Und dann können wir das eben noch wegschmeißen und weg damit. Bitte sag mir jetzt nicht, ich habe irgendwas Falsches jetzt umgetauscht. Ne, der war doch da, oder? Der war da. Ich habe den jetzt umgetauscht. So, ganz schnell da rüber, eine neue Axt. Ach ne, die Axt war da, wo ich jetzt ein Speer hatte. Natürlich. So, da können wir jetzt hier eine neue Axt herstellen. Packen den dann. Komm, den packen wir mal hier hin. Essen packen wir mal da oben hin. So, dann die neue Kartoffel da. So. Und was können wir noch da drauf? Ballern. Ich glaube nichts von denen. Dann können wir die Rüben mal da reinballern. So, und jetzt holen wir uns noch die restlichen Bäume dahinten. Wo waren die nochmal? Oh, Ananas. Immer diese Samen. Und ich hänge hier auch noch fest. Ja, da ist wieder unser Freund. Oh, immerhin eine Mango. Wir haben eine Mango bekommen. Aua! Dieser Vogel, ey. Dann ist auch noch ein Baum. Aber hier waren auch noch welche. So, den haben wir jetzt. Wollen wir nur noch den Baum? Dann können wir hier wieder abdüsen. Aha. Diesmal hast du mich nicht erwischt. Getroffen. So, dann schmeißen wir eben. Das weg. Das weg. Das weg. Das weg. Das weg. Das weg. Das brauchen wir alle nicht. Ach, da kommt er wieder. Ja. Irgendwann killen wir diesen Vogel. Können wir den abholzen? Ne. Okay. Ah, ich will hier jetzt nicht ins Wasser fallen. Nein. Gleich kommt sonst der Boris. Na, aber ist ja süß, unser Schiff. Unser kleiner, argonischer Maid hier. So. Ne, wir wollten drehen. Ah. Da. Palenblätter. Weg damit. Okay. Wie viel haben wir jetzt? 20, 40, 52. Das ist doch eine gute Zahl, finde ich. Das nehmen wir auch nochmal auf. Und nach die Rüben rein. Dann haben wir hier auch nochmal. Wir haben 60 Bretter jetzt. Können wir ordentlich was machen. Na, komm, wir packen das mal hier rein. Oder rauf? Ähm. Hä? Achso, ich habe ja ein Brett da rein getan. Genau. Ich habe mich schon gewundert, wo ist denn der Brett jetzt? So, die packen wir aber erstmal auch mit hier rein. Neben dem Dreck. Und die wollen wir auch gleich mal schmoren. Wir packen erstmal die Kokos so mit da rein. Und dann schauen wir mal, wie weit die sind. Oh, nochmal eine Planke rein. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich bin's. Euer Max Deus. Und ciao. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020